Das Ding hier ist der Godox R200 und ich liebe diesen Blitzkopf für den AD200 und deswegen geht es in diesem Video rund um dieses kleine feine Ringblitzchen in richtig gut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen von meiner Lobhudelei, aber ich bin einfach wirklich, wirklich total angetan. Ich bin ja so ein Blitzer, das ist der erste Punkt, das ist ein Blitzgerät, kein Dauerlicht. Es hat zwar Dauerlicht eingebaut, aber der Verwendungszweck ist Blitzen. Aber ich bin halt auch ein Fan von sehr direktem Blitzlicht. Das heißt bei uns immer so in der Fachsprache DIDF, ich sage jetzt mal nicht dazu, was das bedeutet, man kann es gerne in die Kommentare reinschreiben, aber DIDF-Blitzen ist bei uns relativ häufig. Und auch der Ringblitz ist bei uns sehr häufig im Einsatz, gerade bei Produktionen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist der Ringblitz auch eine sehr, sehr, sehr effektive Möglichkeit, Schatten aufzuhellen. Bisher hatten wir allerdings immer nur größere Ringblitze im Einsatz, als entweder Elinchrom, Broncolor oder eben jetzt halt Godox mit dem 1200er. Der 1200er, gerade mit dem 1200er AD Pro, ist allerdings eine Gewichtsklasse, die einfach richtig ans Limit geht. Damit hat man viel Leistung, aber man hat eben auch viel rumzuschleppen. Und auch wenn man damit relativ flexibel ist, so richtig flexibel ist man ohne meine Statur halt dann doch wieder nicht. Der AD200 ist ja so ein ganz kompaktes, ich würde schon fast sagen, Aufsteckblitzsystem, aber ist kein Aufsteckblitz, ist in der Größe von dem Aufsteckblitz. Und der AD200, der hat ja diese besondere Aufsteckfront, wo man sozusagen den Blitzkopf ändern kann. Man kann von einem normalen Blitzkopf, der fast wie dem Aufsteckblitz ähnelt, in so eine Bare-Balb-Lösung gehen. Da kann man auch Softboxen draufstecken oder andere Lichtformer. Und jetzt gibt es eben auch noch die Möglichkeit, einen Ringblitz anzubringen. Und genau das ist der R200. Der R200 ist ein Ringblitz, der eben mit dem AD200 als eine Art Zusatzgerät funktioniert. Der Kostenpunkt vom AD200 ist, glaube ich, so ungefähr 370 Euro gerade. Der Ringblitz ist mit 340, 350 so jetzt nicht gerade günstig, aber auch weit weg von dem, was man eigentlich für Ringblitze bezahlt. Man hat also hier ein Kabel, der wird vorne dran gesteckt und schon kann man den Ringblitz nutzen. Er kommt mit dieser gesamten Halterung und ist ready to shoot. Das Besondere an diesem Ringblitz, und da sind wir bei dem Licht, ist, diese Lichtcharakteristik des Ringblitzes ist etwas, was Schattenlosigkeit erzeugt. Wir können das hier mal mit einem Ringlicht verdeutlichen. Wenn man durch ein Ringlicht durchfilmt, dann sieht man, dass die Person oder die Puppe komplett schattenlos ausgeleuchtet wird. Bewegt man aber die Kamera zur Seite, dann bekommt man erst den Blick auf den Schatten. Der Schatten ist da, bloß der ist versteckt hinter der Puppe. Das bedeutet, auch Ringblitze erzeugen natürlich Schatten, bloß wenn man durchfotografiert, erkennt man diese Schatten nicht, weil sie vom Motiv selber verdeckt werden. Das heißt, das, was den Schatten wirft, ist größer als der Schatten, weil ja die Lichtquelle um das Objektiv herum geformt wird und damit ist die Ausleuchtung schattenlos. Und wo wir das immer eigentlich tagtäglich einsetzen fast, ist bei Produktionen, wo man einfach nur mal kurz die Schatten aufhellen möchte, ohne die Charakteristik des gesamten Bildes zu verändern. Ein anderer Einsatz wäre allerdings natürlich einfach dieser feschige Look, wo man die Umgebungshelligkeit sehr stark runterholt und wo man so richtig, richtig Bums drauf hat. 200 Wattsekunden, also 200 Joule kommen aus dem Blitz raus, das ist sehr viel, wenn man ihn direkt so einsetzt. Sobald man aber irgendwas daran verändert, kann das schon ein bisschen an die Grenzen gehen. Was auch im Lieferumfang dabei ist, ist zum Beispiel so eine Halterung für den Schirm, also für jeden Schirm, wo man einen Schirm sozusagen hier reinstecken kann und dann eine perfekte Parabolausleuchtung auch im Schirm bekommt. Wenn man da jetzt keinen Silbernen nimmt, zum Beispiel wie ich jetzt einen weißen, dann ist man sehr schnell am Limit der 200 Wattsekunden angekommen und komischerweise habe ich da das Gefühl, dass da mancher AD100 in der Effektivität stärker ist als der Ringblitz der R200. Nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit, so zu fotografieren, unfassbar genial. Ich finde, wenn man People fotografiert, wenn man wirklich auch moderne People-Fotografie machen möchte, gehört ein Ringblitz einfach mit dazu, weil er eben genau diesen aggressiven Blitzlook beinhaltet, allerdings mit einer viel schöneren Ausleuchtungskarakteristik. Der Ringblitz, der kann mit einem Korrekturfilterset auch gefiltert oder korrigiert werden in der Farbtemperatur, also man hat die kompletten 204, 205 Folien, die man hier reinfimmeln kann. Bisschen fitzelig ist es, aber es funktioniert wirklich blendend und wenn man zum Beispiel nachts unterwegs ist, dann hat man einfach ein viel homogeneres Bild zwischen Blitzlicht und Umgebungslicht der natürlichen Lichtquellen, die ja meistens in der Nacht sehr warm gefärbt sind. Was man noch dazu sagen muss ist, wo ich auch noch einen richtig großen Einsatzgebiet hieran sehe, ist, dass das Ding natürlich auch TTL kann. Der AD200, der kann TTL. Wenn man jetzt Partys fotografiert oder auf Hochzeiten unterwegs ist, sollte man eigentlich sich das Ding holen. Man kann diesen Pack, den Gurt kann man auch weitermachen, kann man umlegen und dann kann man wirklich wunderschön Party-Fotografie machen. Ich habe jetzt leider in letzter Zeit, auch aufgrund von der aktuellen Zeit, wieder mal weniger Partys am Start, aber man muss das nur einmal ausprobieren, das sieht einfach mega cool aus. Länger belichten, so auf eine Viertelsekunde, schön vorne aufblitzen und dann hat man ein richtig, richtig geniales Bild, wo die Leute vor allem sehr angenehm vital wirken. Also die Leute, die man auf der Party fotografiert, die werden einem es danken, mit diesem Ding fotografiert zu werden. Ja, was kann man noch sagen dazu? Ich habe jetzt sehr viel in einer sehr hellen und vor allem auch sehr heißen Umgebung damit fotografiert. Er ist selten überhitzt. Ich würde sogar sagen, dass der AD200 Pro das Problem ist und nicht der Ringblitz. Das heißt, wenn man in die Überhitzung geht, dann wahrscheinlich wegen dem Akkupack und nicht wegen dem Ringblitz selbst. Das Einschleicht, habe ich auch erklärt, kann man in verschiedenen Stufen anmachen, macht gerade dann Sinn, wenn man kein Drumherum-Licht hat, aber ist natürlich auch gerade bei so Belichtungsspielchen, wenn man mit dem Umgebungslicht arbeiten möchte, auch wieder sehr gefährlich. Man hat die Möglichkeit, das Ganze in den Schirm zu packen und es ist einfach eine super tolle Möglichkeit, dieses System zu erweitern. Mit diesem Ringblitz ist das System um den AD200 Pro herum, ich würde sagen, verzehnfacht in der Sexiness. Man kann sich nicht vorstellen, wie oft man dieses Ding braucht und sei es nicht zwangsweise, wo man die Kamera durchfotografiert, durch das Loch, sondern auch, wo man das einfach als externe Lichtquelle einsetzt. Mega geniales System, alles schön leicht, schön kompakt, also das kann man wirklich aus der Hand fotografieren, auch für längere Zeit. Der 1200er, der wird schwierig. Übrigens, auch hier gibt es Aufsätze, wo das Ringlicht oder der Ringblitz noch größer wird. Und was wir ja gelernt haben, größerer Durchmesser des Lichtes, äh des Ringes, erzeugt weichere Schattenverläufe. Dann hat man also gerade auch bei den Blitzbildern nicht mehr diese ganz hartigen Kanten, also wenn man den alleine so fotografiert, dann bekommt man ja so diesen Schattenhalo. Der gehört dazu, den will man haben. Aber wenn man den nicht haben möchte, dann kann man einfach die Lichtquelle vergrößern, dadurch wird der Verlauf um das Motiv herum etwas sanfter und dann hat man eben nicht mehr diesen Halo-Effekt. Richtig tolles Gerät, wahnsinnig genial. Also die Combo aus AD200 Pro und Ringblitz, die wird glaube ich meine Tasche nicht mehr so schnell verlassen. Bis zum nächsten Mal.